Wir kommen zu Teil 5 Mascara Nein! Halt! Stopp! Falsch! Bodyglitter! Haha! Ist mir gerade noch so eingefallen, Leute! Da hab ich ganz viele verschiedene Sachen Einmal hab ich so Sternchenzeugs Das ist so wie... wie soll man das erklären? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt Hab ich auch aus dem Adventskalender Das ist so wie diese kleinen Dekosteinchen oder so ein bisschen Ich weiß nicht, wo man die Bitte Auf den Körper machen soll Aber wie auch immer, sie sehen cool aus So nun benutze ich sie einfach zum Basteln Wieso auch nicht? Sieht ja eh so aus Das ist so ein Zeug Glitzerflüssigkeit Die macht man sich Als Dekolleté ist es eigentlich Ganz gut so zum Highlighten Aber ich glaube, das kann man auch so Als Highlighter benutzen Und dann hab ich noch was Hier drin Ich fürchte mich ein bisschen, weil ich glaube, das wird jetzt Ziemlich glitterig, meine Freunde Meine lieben Knuddeligen Saphire Oh, ja, 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 ja Uh, uh Auch Monster High Und das ist wirklich so ein richtig, richtig feiner Glitzer Schimmerkrams Oh, meine Hände, Leute Seht euch das an Mmh, traumhaft Jetzt weiß ich auch, wieso ich das hier reingewickelt habe Nämlich damit sonst nichts anderes so glitzert Ha, das war's auch schon, meine Freunde Davon hab ich auch noch nie irgendwas benutzt So, gleich geht es weiter mit Mascara Jetzt aber wirklich Müsse 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 Vielen Dank.